Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RANBO SIX. Hey, Trident Rankin, die wechseln. Ich musste gerade mal den Finger abzählen, LOL. So viele Finger hast du gar nicht. Lass mich. Äh, ja, wir spielen... RANBO SIX. Nee, Dostoyevich, sorry, jetzt hab ich selber verschissen. Ja, mit altbekanntem Team, wisst ihr Bescheid. Einen schönen guten Tag an alle. Nein, ich möchte persönlich vorgestellt werden. So geht das nicht. TRW-CPT-S-Hole. Guten Tag. Wie viele Striche unten sind, Alter? Feuer in die Hohle. Hohle. Ja. Cover me! Fire in der Hohle! Chili wird essen aka Fire in der Hohle. Hostie ohne Skin, wow. Den Bio-Befahrgutbehälter lokalisieren. Hostie ohne Vorskin, wow. Wow. Der Beschub... Oh, den Küchel. Oh Mann. So, Cam in der... In der Flur vor der Küche. Mira, Bandit... Cupgun, Smoke. Fertig. Saved out a drone. Saved out a drone. So, ich hab versucht einmal alles durchzumarkieren. Oh, Valkyrie ist das letzte, okay. LOL Postie 195, der ist schonmal durch, MVP. Einsatz für 10 Sekunden. Ja, Valkyrie hab ich nicht markiert bekommen, das ist natürlich dumm. 5 Sekunden. Valkyrie rennt Richtung... Ne, doch nicht. Valkyrie rennt Richtung Valkyrie. Valkyrie rennt Richtung Valkyrie. Valkyrie rennt Richtung Valkyrie. Dann sagt er ihr und stirbt von einem. Äh, noch nicht. Zone unterwegs. Valkyrie kommt zum Mainangang. Stoppt ohne Einsatz. Wartet mal kurz bevor ihr reingeht. Rechts vom Mainangang. Rechts vom Mainangang. Ja, die hockt in der Camp. Die hockt in der Camp. Ja, ich weiß. Bleibt mal in der Camp, bitte. Valkyrie Camp ist da. Ja, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Oh, jetzt ist er oben. Sie läuft weg. Bist du in der Ecke? Achtung, Mira, ich hab... Das Mira-Fenster ist auf, Leute. Äh, Küchen... Küchenvorbereitung. Der kleine Vorbereitungsraum in der Küche. Da ist jemand drinnen. Drohne kommt. Markier nochmal. Ist sie links oder rechts? Mira ist da. Rechts, die Treppe hoch. Kein draußen, weiße. Ja, oh wow. Äh, wo war meine... Wo war meine Unterstützung? Oder war ich schon wieder alleine? Stopp, Drohne. Ich war noch in der Drohne. Ich hab hier... Kameras geschrottet und gespottet. So, Mira ist hier in der Küchenvorbereitung raus. Die hat zuge... zuge... ...barrikadiert. So, bei... Zwei Mira... Also beide Mira-Fenster sind jetzt offen. So, mit Lack nichts zu tun, du Assi. Hab kein Ratschen zurücker tiefer gegeben. Mokar gehittet. Sprengladung aktiviert Nachladevorgang Hauptgarnis hier unten Weg an der Markierung Pass auf, da ist der Bandit in der Mira Scheiße Ich hab geandacht, äh, Richtung Bakery Nein Bandit ist direkt hart links, Johnny Spezielle Ladung, Abstand halten Liege nur ein bisschen aggressiver ran, du müsstest Bandit dann sehen Hart, also rechts im Block Okay, hat sich bewegt Rein, 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 rein Drei gegen eins, drei gegen eins Interlieberabend, genau, genau Timo, genau da, genau, Timo, rechts, 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 rechts Nichts, nein Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist Nur noch einer vom eigenen Schaden Der eigene Trupp hat in die U-Gefahrt des Behälter nicht rechtzeitig gesichert Null Schade Bärer? Das war mir, ja Voll Der ITER 12 L In der langen Version Bahnmuseo, Küchenvorbereitung, was wollen wir Okay Bahnmuseo Wer macht den Drop? Ich Mach ich die Camps auch gleich mit Johnny setzt die erste Wand danach dann hoch zum Drop Ja Oder gibt's oben mehrere Drops? Nein Meine Güte ey Oh yeah Ich brauche nen Kill Den Raum sichern, wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen Oh, ist gegen Wooten Können wir brauchen den Wüsten hier oder was? Blümmer durch Keine Gäme Eine Gäme Jetzt geht bei mir das Gewuster auch noch los, Alter Äh, Kessel, 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 Kessel Kessel, 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 Kessel Kessel, Kessel, Kessel Sekunden Ja, wat is denn? Ja Neue Übertragung aktiv Fenster ist blockiert Cool Kessel Kessel, Kessel, Kessel Kessel, Kessel, Kessel Es ist keiner oben im Klavierzimmer, der gegen Fumes defen kann. Er klang wie Bug. Sag mal bitte, wenn die Westseite auf diesem kleinen Vorsprung sind, auf der Bakery praktisch. Hier, Twitch, Twitch, Twitch. Wow! Was war das denn? Fue ist von oben, Fue ist über uns Klavier rum. Alles klar. Oh mein Gott. Oben sind zwei Stück. Tius setzt. Nicht. Tius setzt. Zwischen euch beiden. Erstaunt. Doch nicht. Lol. Genau über dir. Äh, betäuscht nur an. Loll. Nice. Sauber. Sehr, sehr schön. Nicht zu viel. Buck ist aber nach oben. Johnny, wie kannst du callen? Siehst du mich? Weißt du wo Buck ist? Oder jemand anders? Bin ich safe hier unten. Jetzt ist der Camp weg. Scheiße. Ja. Ja, neben dem Drop. Ja, neben dem Drop. Ich würde schon fahren nebenrum. Ja. Oh mein Gott. Sofort angefangen zu feuern. Nix. Hm. Loll. Ich mag die Map nicht. Dies kacke. RETRO-HELF-BI-EIN Den Standort des Bio-Befahrgut-Behälters finden. Weil oh oh oh. Küche können sie nicht sein, guckt mir echt oben. Ich säbel wieder die Camps ab. Klingt nach ganz oben. Ja sag ich doch. Achso kam nicht an oder hab ich nicht gehört, es tut mir leid. Ja kam bei mir aber auch nicht an. Was für eine Scheiße. Noch 10 Sekunden auf die man nicht rauf kann, wie hier ist das? 5 Sekunden bis Einsatz Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters unbekannt, Angriffserlaubnis erteilt. Okay. Um so. Um so. die bange ja bitte der bio gefahrgut behälter wurde lokalisiert das binde dran ist klar johnny ja was machst du da unten ich habe die ganze haben in der kern geguckt wo die leute sind die verkehre ist unten an der treppe war muss der muss die verkehre wohin treppe drop nur drei minuten zeit und wir warten nur auf johnny das tut mir leid eine valkyrie kam da jäger und bandit sind da drin nein nicht da verdammt danke in dem vorzigeren raum warum wer hat denn jetzt meine ladung kaputt geschossen äh niemand ja wieso ist da alles klar unten auf der treppe und von oben springt der jäger recht ich dachte ihr seid noch am job ich kann nicht mehr 15 sekunden übrig oh mein gott 10 sekunden übrig 5 sekunden übrig und dann die 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 Ja, diesmal bleib ich einfach oben und hol mir dann den Führst und sowas Ja, wäre schön Ich muss bitte erst die Fertzsatzung machen, dann würde ich direkt die Jemke Oh mies, 003 Ja, Johnny 003 Ich komme Fitch Drohne ist down, sind die Wände im Raum alle zu? Ja, nur noch 5 Sekunden Standort des Bio-Gefahrgut, wer hält das unbekannt? Weiterhin absichert Ja Immer nur für den Peter Ja, mit gelm Tür warrikant errichtet Festtüren das Magazin Tür abgesperrt Magazin wechsel Mute Bei dir kommen sie rein Oben Klavierzimmer Klavierzimmer hinten kleine Theke Oh ja, komm Bei uns ist die Tür aufgegangen, die Fallstür Da, Pussy Links an dir Da ist einer drin Komm, Alter Wer weiß es halt Ja, genau Durch die Wand, oder was? Ist da Genau Ja, endlich schon durch jemanden angezogen Liegt da im Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden Folk ist oben am Loch Markiert Fuse Da steckt er rein Geh weg da Wir sind zu dritt oben Fuse und Buck Fuse steckt Äh, gerade mit uns vorbei Fuck Ah, Sledge, du Arschloch Sledge, oben auf der Treppe Ja Ist, äh, drin Nicht auf der Treppe Ja Genau Egal Sledge kommt wieder Richtung Treppe Fürs Ladung Oben Nur noch 15 Sekunden Jetzt Was so fisk Da drin Da drin Und die Ränder einfach durch, die können machen, was sie wollen. Ja, wenn sie runterspringen und sofort durchwaschen, was soll ich machen? Ich habe davor auch noch andere Spots abgeschaut, Mann. Ja. Ja. War eine super Scheißrunde. Oh, hey, wer hätte es gedacht? Wenn es euch trotzdem gefallen haben soll, ihr wisst Bescheid. Lasst uns in der Feedback und in den Kommentaren. Ich werde jetzt sehen und auf jeden Fall mal nötig mal wieder reinschauen. Bye, bye. Ciao. Bye, bye.